Das Gemeinschaftsgebet für taubstumme Menschen. Meistens Menschen, die taub sind, sind auch stumm. Wie sollen sie das Gemeinschaftsgebet verfolgen? Indem sie das nachmachen, was die anderen machen. Also es ist okay, wenn sie nach Füßen nach links machen? Natürlich. Sie sehen ja vor sich, wie die Gemeinschaft, Inshallah Ta'ala, die Reihenfolge macht. Wallahu Ta'ala, ala wa'ala.